Hallo, ich bin schon wieder, euer Guido. Ich begrüße euch auf meinem Kanal. Kanal. Ich finde das einfach so geil, ey. Also, wir spielen heute Tower United. Mit dabei ist Dragon Knight. Und Steven. Hallo. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Und ich kann hier gerade nichts machen. Das ist schon mal richtig geil. Also, okay. Alle warten auf dich. Ja, ich musste ja erstmal hier gucken, ne. Ich kann wieder Gas geben. Ich habe nur noch ein paar Sekunden hier. Erstmal hier so rumplölen. Ganz genau. Sauber. Ey, ist der behindert, oder was? Spastier, ey. Schau, wie ich sowieso nicht mehr wusste, das Loch dahinten. Alles klar. Da hinten. Ey, komm hoch da. Oh, komm. 19 Sekunden noch. Ach, komm. Schaffen wir. Lockerflockig. 120 FPS. Mit der Rückhand. Es ist einfach nur just for fun gerechnet. Natürlich. Ach, guck mal. Wie gewohnt. Auf dem vorletzten Platz. Wie gewohnt auf dem vorletzten Platz. Oh, bitte. Oh, no way. Als ob, alter. Ja, sehr läuft hier. Geht doch, Guido. Ich weiß gar nicht, wo du hast. Okay. Guck hier, hold in one. Alle beide. Ja, sicher. Ich muss ja erstmal ein bisschen tun, als ob ich was kann. Ich wollte auch so ein Pinocchio haben. Wie geht das? Was? So eine Mütze oder was? Ja. Und so ein... Ich glaube, die kannst du kaufen oder freischalten. Später. Aber da musst du von ganz Anfang an im Spiel drin sein. Okay. Ich bin nicht... Oh ja, moin. Und ich glaube, mit dem Inventar kannst du es auch am stellen. Ah, okay. Also der Horst, der ist doch ganz gut. Ein Rabbi, ne? Der ist, glaube ich, ein bisschen besser als du. Dwaygen. Kick den mal weg. Kannst den rauskicken? Geh nicht löschen. Horst, gib mal Gas hier. Geh, du erster Schlag hier. Hopp. Was ist denn hier? Warum will der Horst nicht? Sie sieht aus wie ein Dippel, da wie so ein Russe, ey. Ja, wie Malowski. Ja. Wie, du, zweiter? Ja, da ist nur Schein. Oh. Das ist ja... Das hasse ich ja, ne? Oh nein. Das sieht toll aus. Das ist voll Scheiße. Äh, sauber, Junge. Scheiße. Wo müssen wir überhaupt hin? Da oben rein? Glaube, ja. Oh, scheiße. Na, guck mal. Volle Suppe. Fuck, ey. Oh nein, ich bin raus. Ja. Oh, ne, die Suppe. Jawohl, Baby. Zeig mal, wo hast du die Döse da? So. Ab in die Schokolade. Ich bin drüber in die Schokolade. Ja, komm. Ey, da... Ja, was ein Dreck, ey. Da gibt ein Kackspiel, ey. Off-loop. Kann ich nicht abkürzen hier? Hier drüber eigentlich? Ach, Mann. Das ist die Kamera. Was ist denn das? Ab in die Schokolade. Jawohl. Komm hier. In die Mockerkammer hier. In die Mockerkammer. In die Mockerkammer. Wo muss ich hier, wo den da, wo, wo muss ich denn da hin? Da, da. Scheißspiel. Unten, oben? Äh, nimm ganz rechts oben. Das hatte ich bis jetzt immer. Das war immer ganz gut. Okay. Da bist du immer fast gleich vorm Loch. Oh, scheiße, ey. Ah, fuck dich, ey. Ach, Mann. Komm nicht weiter. Oh, nein, komm nicht. Der wird zurück, ey. Nee, der kannst du nicht wieder runterholen. Okay. Oh, WTF. Oh, das ist ein blöder Hund hier, ein blöder. Ach, Mann. Ach, jetzt habe ich aber scheiße gespielt, ey. Ach, siehst du, der eine war nur Glückssache, ey. Drago, was ist mit dir? Du musst unten durch. Oh. Ja. Das habe ich gerade auch gehabt. Next game, erst mal hier mit voller Pulle schießen, hier. Hurry up. Versuch mal ein bisschen Döller. Was ich jetzt mache, ich springe erst mal hier rüber. So, Jungs, ich gehe dann mal ins Bett. Jo, Benni, bis morgen, ey. Oder später. Jo, bis später. Jo, ciao. Wenn geht's, hol das Ding da richtig rein, da. Beste Leben, ich bin schon durch. Hä? Ach so. Oh, wir sind irgendwas verpackt. Ich bin schon wieder, das habe ich auch gestern gehabt. Ey, war am Laden, am Laden und dann stand das Ding da, ey. Und wir können, was stand ich schon vorm Loch? Dö, 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 dö. Ey, das ist auch kacke, ey. In die Schokolade. Ja, toll, in die Muckerkammer da rein, ey. Schon wieder, leg mich doch ne Füße, ey. Warum komme ich denn da nicht rum? Oh ja. Oh nein, ey. Oh nein. Was ein Scheiß, ey. Ich trete. Oh nein, wir fütschen wieder da rein. Genau gegen die Spitze. Was ein Dreck, ey. Guck dir das mal an, ey. Wie kann der denn da zurückspringen, Alter? Ich weiß das nicht so. Komm, wir zielen das Ding da rein. Alter, dein Ball sieht schon richtig vergewaltigt aus, ey. Jetzt aber hier. Abfahrt. Abfahrt. Gar kein Problem. Ach, scheiße, Abfahrt, ey. Oh, guck dir das mal an, ey. Mann. Wo bin ich denn? Ach, vierte, fünfte schon. Leck mir an der Füße, ey. Ein, zwei, drei, vier, fünf. Ja, ist ja da, wo ich mich wohlfühl. Ne? Oh, guck mal. Ich hasse diese Map, die ist total von Arsch, ey. Ach, was mache ich denn jetzt hier? Gar nichts. Ach, ist der behindert in die Möcher. Nein, geht's mal. Komm, wieder zurück. Ich auch. Start. Ach, Mann. Ich geh hierher, ist mir egal. Wieder ein Startziel. Flup. Ups. Ach, Mann. Hä? Ich war gar nicht aus dem Verbrauch. Was für ein Scheiß. Wie am Start. Was ist denn das für ein Scheiß? Ich habe hier auch mit Blanken. Was ist denn das? Mann, da legst du dich nieder, ey. Ach, Mann. Ey, Dragon, komm, jetzt sag mal, du kannst hier. So, jetzt kick ihn da rein, komm. Jawohl. Jetzt haben wir nur noch den komischen Reihen. Direkt wieder zehn, Alter. Ja. Direkt für den Keller hier, guck mal. Ganz weit unten. Am Arsch der Welt von Mexiko. Hier, eigentlich ist das meine Aufgabe, da unten rumzukrebsen, ne? Ja. Da fliege ich mal mehr voraus. Ja. Ach, wie geht das denn, ey? Mann. Was ist das für ein Scheiß? Ach, tschüss. Über die, ja, über den Wolken. Ah, nee, ah, doch nicht. Okay, ich dachte. Ach, Mann. Oh, leu. Oh, du blöder Hund, du blöder. Warum bist du mich nicht da durch, ey? Puh. Wo muss ich denn jetzt hin? Blum, blum. Oh, leu. Oh, leu. Ach, scheiße. Ich bin in ganz verkehrte Richtung gelandet, ey. Die sind alle drin. Scheiß, die Wand an, ey. Ach, Guido. Schuss. Jawohl, bist drin. Ja, nice. Okay, bin ich denn schon drin? Ja, guck mal. Guck mal, drei. Ich hab drei. Ich hab drei. Scheiße. Sind wir alle drei drin, ne? Yo. Ja, schön. Nido, du kommst immer wieder zu meinem Platz. Ja, das ist ja wohl normal. Sag ich doch. Oh. Oh. Oh, glückabend. Oh, 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 oh. Da war man mutig. Flupp. Oh, der zwölf. Oh, Guido. Was krieg ich eigentlich, wenn ich so ein Level-Up bin? Was krieg ich, wenn ich so ein Level-Up bin da bei diesem Golf-Bag? Was krieg ich denn da? Gibt's da irgendwas Geiles? Wenn du da die Mitte triffst, bist du perfekt. Ja. Wenn du die Mitte triffst. Schaff ich. Ich hab kein Problem. Scheiße. Scheiße. Das Loch rein. Och, WTF. Ach, du blöder Hund, ey. Guido, zwei, Jungen. Ja. Fast drei. Oh, lol. Ich hab die Mitte dann auch nicht getroffen. War richtig knapp. Ja, ich bin drin. Wo ist denn... Flupp. Guido mit zwei. Ja, sehr geil. Ja. Hätte fast einen gehabt. Der ist oberen Ecke liegen geblieben, ey. Oh. Oh. Gutig. Er hängt einfach rübergesprungen. Diese Gesichter, ne? Ja, Isa hat einfach drüber geflogen. Aber weg mit dir. Oh. Ja. Jetzt aber. Abwart. Abwart und... Oh ja, das ist der Biki. Das ist gut. Der ist zweiter. Oh, der ist nicht mehr. Jetzt sind wir ja. Den jagen jetzt mal vom Platz. Ja, da muss ich aber ganz schön reinhauen, dass ich den auch kriege, ey. Oh, 90. Oh, shit, ey. Shit, ey. Oi, 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 oi. Das sieht ja toll aus. Ja, da weiß ich ja nicht, wo der... So, 1A. Jau. Ah, fuck, ey. Wer war das denn? Du? Du doof, Mann, ey. Nein. Falsche Richtung. Jau, ich bin hinten am Ziel. Guten Tag. Wo ist das Ziel überhaupt? Wer muss ich denn hin? Ach, da, okay. Ach, jetzt geht der in die falsche Richtung, ey. Jau, ich bin drin. Hier. Oh, baby, come. Sunshine Day. Hallo, Guido. Hallo, Drayden. Guck mal hier. Sonic. Sonic. Ganz langsam. Ja. Oh, oh, oh. Oh, ja. Oh, Sonic. Oh, Sonic, ey. Oh, Sonic. Oh, du, 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 du. Oh, cool, ey. Warum versuch der's denn? Oh, Sonic, komm, beweg' dein Bein. Und tue's. Mach schön mit dir. Und tue's. Und tue's. Und tue's. Und tue's. Und tue's. Oh, Sonic, du bist auch sehr, sehr glücklich. Oh, oh. Hä? Okay. Ich gucke dir zurück. Oh, der ist rausgegangen? Oh, nee. Oh, Sonic hat 15. Achso, der hat 15. Erinnerung. Uff. Immer hier, Billo Salami, ey. Ja, so sieht's wie ein Salami, oder? Salami, oder? Das ist ein Sonnenbrenner. Herrlich. Oh, muss es sein hier. Oh, was ist denn hier los? Oh, lol. Ey, wie gesagt, Freunde, ihr könnt gerne zum Stoß. Oh, das ist immer lustig, ich hab immer wieder zu lachen. Immer wieder einsteigen, immer wieder neue Preise. Oh. Oh, scheiße. Oh, nein, der will ich nicht, denn kann ich denn noch ein bisschen mehr? Oh, der ist immer doof, ne? Ah, ich geh da hin. Ich geh den anderen Weg. Ich geh den Weg hier, ja, komm zum Baby, ja. Oh, scheiße. Nein, scheiße. Ja. Ja. Ach, der blöde Ding bleibt da oben liegen, ey. Ach, Guido. Hälzelei. Komm, roll mir hier. Oh, nein, der bleibt wieder stehen. Oh. War ich der letzte gewesen? Nee. Nein. Ich bin der letzte. Ach. Ah, nee, bin ich. Sonic ist auch noch. Die Billo Salami ist auch noch da. Was? Die Salami. Oh, 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 na. Flupp. Komm, ihr Cappuccino, komm. Baby, komm. Ah, die gute Salami. Jetzt aber mit Schwung, bitte. Oh. Ah, Salami, komm, dreh dich da rein, ja. Komm, Salami, du kannst das. Wer ist da oben noch? Ist ein anderer. Oh, Eis. Oh, Cappuccino. Cappuccino ist auch noch da, hier. Der ist drinne. Aber ich glaube, Salami hat ein Problem. Ja, bumm. Wir haben leider einen Mahler-Schaden. Ja, Salami, ich glaube, ich bin schon drinne. Oh, geh, du Schätze, ne? Ja, kommst dir mal näher, ne? Mhm. Ja. Ich dich auch. Ach. Oha. Na super. Oh nein. Was haben wir das denn? Was war das denn für ein Problem? Nein. Nein. Oh. Oh nein. Oh nein. Jetzt kommt der wird zurück. Das ist sie, scheiße. Ja, die ist ja wohl. Was ist das denn für ein... Hey, Dragon, hau ab, du doof, Mann. Oh, was? Wie ihr seid schon... Was? Tonic und... Alter, warum haben die alle 1 und 1? Nein. Weil die doof sind. Ja, echt so richtige Lappen, Alter. Oh, scheiße. Ja, richtige Schmierlappen. Ja, hier holen 6, Alter. So muss das. Pass auf, pass auf. Jetzt kommt hier holen 10. Auch 6, 1 A. Alter, alle 1, 1, 1. Oh, Guido. Ja, bist du schon da, Dragon? Oh, oh. Oh, Salami liegt wieder. Acht. Ja? Nee, angegammelt, ey. Ja, voll, ey, guck mal. Er hat schon eine Brille und sieht nix, ey. Warte mal. Drück mal, drück mal Tab. Geh mal auf den drauf und macht mal, ähm... Auf Salami? Ja, Vote Kick. Wollt ihr den kicken? Jo, hab ich. Hast du schon gemacht? Drück da mal drauf. Drück da drauf. Nee, er muss nur auf 1 drücken, weil du jetzt den Wot schon gestartet hast. Ja, du musst Tab drücken. Na auf den Namen. Ich muss einfach auf 1 drücken. Ja, ich muss... Oh, ja, ist raus. Ist raus. Gleich schon, Leute. Können wir den Biki und den Plesus auch noch rausknallen, da sind wir weit oben. Jetzt sind wir da drin, wenn ja, das wird gehen. Oh, oh, oh. Das ist eine... Ich bin in der Mitte. Ich bin in der Mitte. Ja, mit einem Schlag. Warten Schieter. Ja, ein Schieter, ey. Mit einem Schlag, Alter. Geil. Oh, oh, oh. Tschüss. Oh. Dann komm ich doch gar nicht mehr rüber hier, Freunde. 3000 Flumpen hier. In der Täsch. Ja, leck mir an den Füßen, das gibt nichts hier. Jetzt haut er noch weiter ab hier. Leck mir an den Arsch, ey. Herrlich, erstmal Guido auch vorhin hier. Ja, hier, guck mal, du kennst das auch hier, kannst du hier, guck mal, ich hab mich hier mit Salami. Immer hier rauf und runter, rauf und runter und wieder kümmern. Oh, Guido. Mann, ey. Geh gleich nach Hause hier. Komm, Guido, jetzt haben wir hier. Ja, fast. Das gibt nichts hier. Ja, ich bin jetzt hier gleich. Oh, 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 nein. Geh gleich raus. Wenigstens kannst du dich weiter zurückrollen. Ja, jetzt aber. Oh, nein. Das war knapp. Oh, nein, da geht's ja weiter. Ja. Ja, er muss nur noch da rein, dann hat er's. Oh, nein. Flump. Jetzt aber. Oh, Alter. Laura. Elf, elf. Guido, ich glaube, du bist jetzt. Ja. Ich war Guido überholt. Weil du gerade auf einem Schlag hast dich vom Glück beschissen. Ich bin schieter. Du bist so schieter, wieso? Da geht gar nicht. Die, 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 die. Abfahrt. Abfahrt. Hier, komm, Abfahrt. Hier bin ich letztens auf der Hälfte einfach hängen geblieben, Leute. Oh, nein. Oh, das war das. Ich auch. Oh, Abfahrt. Oh. Abfahrt. Durch die, komm ich hier nach vorne, durch das Rohr hier. Genau. Schön durch die Schuhe. Warte, komm ich jetzt zum Anfang zurück? Nein. Ey, ich drehe hier die ganze Kuhle hier rum. Was ist hier los? You came to Maui here. Oh, ist der? Ist der bescheuert oder? Ja, komm, ich geh da ohne in die Schokolade. Ach, maaann. Ja, vorne. Komm ich jetzt hier? Geil. Ich bin ganz vorn. Nee. Ich auch, ma. Komm her, komm, zeig mir, Baby, wo bin ich. Oh, Schätzle. Ich komm da oben angesauzt. Hallo, Schätzle. Ach, das ist doch Spaß, die Arbeit hier, ey. Ui. Hallo, Schätzle. Viel zu weit gesauzt. Ich dachte, du fällt mir wieder runter. Holt runter, warum fällt der da rein? Ich schaff, komm, ich geh da nicht durch. Ja. Ja, Leute. Beste Leben. Ja, ich kack hier voll ab, ey. Ja. Gut, ich bin ein Paar. Ich hab ein Paar geschafft. Ja, ich hab auch ein Paar hier gleich. Oh, Sonic is AFK. Oh, 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 oh. Oh, leck mir den Arsch, ey. AFK? Sonic is AFK. So, jetzt fallen wir da runter, komm. Jawohl. Oh, 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 Guido. Also, das ist die, ne, 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 mit der Mockerkammer. Da geht mir total auf den Käse, ey. Mit der Mockerkammer. Fluff, fluchen wir nach oben. Boah, ey. Komm, Guido, ein Schwung jetzt. Gib ihm. Abfahrt. Guck, sauber. Jawohl. 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 Jawohl, jawohl. Ja, ey. Guck, alles super. Guido. Wapp. Ey. Zehn. Ist doch schön. Ja, ich weiß, du, ich hab nur gesagt, ich möchte dich vor mir gerne haben. Oh, Sonic AFK. Also, Leute, wir machen wieder unser 1-2-1-Tab auf. Ich brauche. Irgendwer hat dagegen gestimmt. Ich hab auch. Oh, jawohl, weiter runter, Baby. Ja, weiter runter. 86. Oh, guck mal, 14. Oh, guck mal, Guido, wie ein Looping. Oh, scheiße. Da oben ist Wein und... Abfahrt. Jawohl, Baby, komm, gib's mir. Ja, alles, jawohl. Ja. Ja. Alles und ich bin raus. Bitte nicht wieder runterrollen. Bitte nicht wieder runter. Danke. Ich bin gleich rausgeflogen. Abfahrt, Alter. Und der stürzt ab. Jawohl. Komm. Ach, guck mal, ich lieg da schon hier. Pass. Abfahrt. Nice, man. Ich bin durch, jawohl. Ein Paar. Ein Vogel, Junge. Ja, Dragon. Auch ein Paar. Ein Paar Schuhe. Herr Guido. Er ist hier. Wenn du den, wenn du da hier... Nein, dem Looping... Mit einem Schlag. Wenn du mit dem Looping, du bist zur Hilfe kommst, dann fällt der runter. Dann rollt er nämlich genau da rein. Ja, der ist ja genau. Der ist ja genau da drin. Mit einem Schlag, aber zwei schaffst du. Oh, die ist es raus. Neu. Bö. Sonne, geht es raus. Hör mal, Kollege Lakshu. Bist du Jitter am Zocken hier, oder wann? Warum? Ach, guck mal. Ach, guck mal. Ich habe mir das Spiel heute früh gekauft. Ja, natürlich. Oh nein, oh nein, das ist die Scheiße. Nein. Ach, du gehst die Scheißwandern zu, ey. Ja, also das habe ich letztes nicht geschafft. Da hatte ich 15. Da bin ich nicht durchgekommen. Jetzt bin ich oben. Oh, wieder zum Anfang. Ah, Baby. Kann man nicht hier umgehen? Ach, Scheiße. Oh, diesmal habe ich es geschafft. Krass. Ja, guck mal, komm her, Baby. Wenn du jetzt gehst. Oh nein, komm, ja, komm. Gib mir alles. Ach, Mann. Ja, komm. Ah, scheiß falsche Seite und wieder zum Anfang. Ja, du blöder Hut. Komm, gib mir den Anfang hier. Ja, alles klar, danke. Jo, ich bin drin. Mit neun. Na. Beispiel. Hast du es gesehen? Oh, das war knapp, Kido. Jetzt mit einem Schwung da auch. Jetzt mit einem Schwung da auch. Ja, wäre schön. Wäre schön gewesen. Oh, Baby. Jetzt kommt der Abfahrt. Jetzt kommt der Abfahrt. Ja, jetzt gehen wir. Ja. Jetzt aber nochmal Abfahrt. Nur nochmal rüberspringen. Jetzt aber Abfahrt hier. Mit einem Schwaraxis. Das ist mir auch passiert. Wie ist genau das? Oh nein. Ich brich zusammen, ey. Lustig, ey. Einer mit drei, ne? Ja, wer? Einer mit drei. Wer ist da mit drei hier? Wie läuft's, Junge? Ja. Wie läuft's mit drei, ne? Alter. Okay, irgendwie auf die hintere Rühre kommen. Ach, Mann. Ich war auf die hintere Rühre. Jawoll. Jawoll. Sauber. Ich hab's auf gar keine geschafft. Wo muss ich denn auf die Zinni hier? Ich weiß auch nicht. Okay. Ach, darum. Okay. Ja. Was? Ach, Mann. Oh, jetzt kommt der wieder zurück, der blöde Hochse. Ey, komm, bleib da stehen. Ja, so ist gut, Baby. Oh, geh doch rein. Oh, der Bugi, Alter. Cappuccino, ey, weißt du? Oh, nein. Oh, 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 oh. Ja, lol. Ja, gar kein Problem, Mann. Ich sehe mich jetzt. Wenn ihr auf die Mittlerbahn gekommen seid, wäre das schon richtig geil. Hm. Nidolein. Ja. Hi. Ich bin hier auf der Spur, auf dem Fernse. War ja erst noch, das war erst noch. Ja, ich hab mir mal nicht mehr. Da schaffst du das. Ach, guck dir das an, hier, ey. Irgendwo hin dahin, hier. Oh, wie teff. Ja. Oh, nein. Jawohl. Gar kein Problem, Alter. Oh, nein. Was hast du jetzt für ein Scheiß? Wo sind jetzt hier hin? Ist der doof oder was? Ach, du Scheiße. Wo muss ich hier hin? Äh, ich glaube, in das mittlere rein. Also, ich spiele einfach links am Rand lang. Ich glaube, mit voller Wucht links am Rand lang. Hier? Ja, genau. 1 A. Ja, perfekt. Dann habe ich ja hier zwei Stücke. Hallo, Guido. Hallo. 3 Stücke habe ich, glaube ich, gehabt, ne? Ja, vier. Ich weiß, ich kann auch vier gehabt haben, keine Ahnung. 3 Stücke habe ich nicht mehr, fünf Punkte, ey. Das kannst du schaffen. Du kannst jetzt hier nur verkacken, mehrfach. Ja, das ist ja, da brauchst du dir keine Sorgen machen. Was hast du hier für ein Scheiß? Keine Ahnung, es sieht fürchterlich aus. Äh, schon mal gleich rausgeflogen. Beste Voraussetzung. Ja, sicher. Guck mal, ich bin direkt geradeaus. Oh, Alter, ein, ein. Schon wieder, ist der bescheuert, oder was, ey? Oh, ich bin in der Mitte. Schweinebacke. Abfahrt. Hui, Abfahrt auf der Strecke. Abfahrt, jawohl, Abfahrt. Hi, Kirmes, jawohl. Ja, was ist das für eine Autobahn, Alter? Alter, da läuft hier. Abfahrt hier. Abfahrt. Jetzt aber jetzt mal hier in der Kurve mit rein und abfahrt. Jetzt geht nach oben. Alter, was ist los hier? Alter, geht das ab hier. Junge, wie lange ist das? Oh, das geht noch weiter, ne? Das ist noch nicht das Ende. Ich bin weit vorne, Leute. Los, weiter, komm, gib Gas. Ach, komm, verreck nicht, Alter. Gib Gas hier. So, komm hier. Wird noch verfahren, war das mal verreckt. Oh nein, es geht bergauf. Ja, komm, gib Gas. Ja, mit einem Schlag, mit einem Schlag. Echt, 101, Alter? Auf dem Ding? Ja. Alter, nicht schlecht. Ich glaube, ich habe drei. Nee, vier. Mit einem Schlag, Alter. Ja, alle mit einem Schlag. Außer ich hier, weißt du? Boah. Einen Schlag. Das bringt mich nochmal ein bisschen nach oben, oder? Ja, das gut kommt. Glaube ich aber nicht. Was ist denn da los? Cappuccino. Lass mich mal kicken, jetzt. Nein. Der Täter, ruf, Alter. Ja, ehrlich, ey. Oh. Ja, Draco, guck mal, ich scheiß die Wand an, ey. Mann. 1. Ja. Ja, jetzt gehen wir Return to Menü. Würde ich sagen, wir gehen jetzt einfach mal so auf den Server drauf, Leute. Return to Menü, jawohl. Find to Server, ich würde sagen, wir gehen auf einen Server drauf, wo ich jetzt Arsch... Was? Ey, wir sind hier auf, lieber seid ihr eigentlich pervers veranlagt, also... Boah, wieso wirklich nicht, ey? Also, wie gesagt, Link zur Videobeschreibung ist unten, weil ich war... Link zur Videobeschreibung, ey. Alles klar, sortierbar. So, wo wollt ihr ziehen? Frankfurt 1. Auf Golf, oder was? Nee. Auf Plaza. Nee, irgendwas anderes machen. Äh, wir machen Byrace. Findet Server. Aber welchen bist denn du jetzt? Frankfurt 1. Also, allgemein jetzt Frankfurt... Ja, Frankfurt 1. Ja, okay. Frankfurt 1. Ja, join mal. Ja, einfach, ich bin jetzt gar nicht... Ich weiß zwar nicht, wo ihr seid, aber ich bin jetzt Frankfurt 1, ich bin jetzt in Plaza. Ja, ich auch. Jo. Dann ist das schon mal ganz... Ganz schnuckelig. Wie gesagt, Freunde, ihr könnt gerne hier reinkommen, ihr habt das nur mit Strategen hier zu tun, ey. Auf jeden Fall. Aber man muss eins sagen, Guido, vom dritten Platz und dann auch überholen. Einfach weiter, muss ich auch los. Ja, guck mal, am Anfang waren ja auch nur drei da gewesen, ne? Da musst du einfach mal sagen, ne? Mal muss... Ich schiebe das jetzt auf die Leute, ey. Ne, und dann kamen wir immer mehr dazu, ne? Dann kamen wir mal Cheater dazu und dann bist du automatisch schlechter geworden, also. Was soll ich dazu sagen, ey? Der lädt aber ganz schön lange nach hier, ne? Das ist nochmal. Boah, jetzt kommen wir ja gleich mal gucken. Vielleicht kommen wir gleich in die Achterbahn gehen, habt ihr Bock? Achterbahn war ich schon, yippie! Achterbahn? Wollst du an die Achterbahn einmal rein? Ja, Achterbahn, ja, Achterbahn. Abfahrt. 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 Aber ist so geil, wir wollten eigentlich in... Ach, in den Channel haben wir gar nicht für Tower United, ne? Ach doch, haben wir, aber ist ja schlimm. Wir sind in Division 2, ist ja auch fast der gleiche. Ist ja quasi Tower United, ne? Ja, ist fast der gleiche. Oh, ich bin durch. Ich nicht. Ich auch nicht. Ja, also wenn das jetzt ein Abkacker ist, dann ist das einfach absolut klassisch bei einer Aufnahme, weil das Ding natürlich aufhängt, ne? Ja, natürlich Bombe. So, ich bin da. Also in der Zeit könnte ich mir vielleicht schon mal eine Kniffe holen, ich hab mir voll Kohlamm, ey. Oder sonst, ey, was soll ich hier mal holen? Das dauert ja noch, ich höre mal ein Line oder sowas. Ich muss auch mal... Da bist du was zu knabbern? Ja, ich muss auf meine Linie achten, ey. Ich komm gleich wieder. Ja. 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 Und der Typ, ey, der macht wie bei dir, ey. Nooo. Ja. 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 Du musst mir nachher mal dein Haus zeigen und du musst mir nachher mal helfen, wie ich diese eine Tür platzieren soll, weil ich krieg das nicht hin. Weil in diesem, in diesem normalen Haus, ne? Ja, der funktioniert nicht, wenn du da drauf gehst, ist der doof, oder was? Da geht's ja nicht. Ja. 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 Ah. Ja. 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 Nein. Ja. Allset Ja. Du bist schon mal weg! Ach da hinten fließt du schon mal weg! Ja. Weißt du, das ist ja mal so, wenn du dich nicht auskennst. So, mein Jackpack hier. In den Einkommenswagen, zack, und dann check out. Check out. Close. Ja, komm Baby, raus hier, ich will nix mehr. Ah, man spielt hier gerade. So, gut. Das ist nochmal ein ganzes Haus, das muss man gleich mal für dich machen. Browser. Bang. I wanna bang, 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 bang. Arte Guido, ich bin schon wieder vorbeigeflogen. Ich weiß, ich bin hier. Wie kann ich mein Aussehen nochmal ändern? Vielleicht, wenn du im Spiegel guckst. Alles klar. Sorry, aber einfach. Bist du das? Ja, das bin eh. Du bist ein 2D-Dogi, Alter. Ja. Der Hammer. Aber es gibt noch was anderes, was ich auch noch machen kann. Mit welcher Tasse kann ich das nochmal ändern? So. Waiting. Oder? Achja, warte, ich weiß wieder wie. Pass auf. Welcher ist das? Ist das der Chill Dance? Oder welcher ist das? Nee, einfach nur Doggy. Nee, der, der, der Tanz meine ich, wenn du gerade gemacht hast. Ist das Chill Dance? Nee. Nee. Ich muss noch gehen. Äh. Wo ist es nicht? Ah. Glaub ich hab's. Ja. What the fuck? Was ist das, Alter? Guido. Guido. Hallo. Guido. Ja, hier. Darf ich dir mal was zeigen? Ja, du siehst gut aus. Warte, warte, warte. Hast du schonmal sowas gesehen hier? Pass auf. Und. Abfahrt. Du siehst aus, als wenn ein Kanisterkopett ist, ey. Ich hab keinen Rückrand mehr. Ich setz mich mal hin. So. Bin beleidigt. Wie konntest du die nochmal drücken? Die werden aber die Kommission H irgendwie dort? T. Ach, T war das genau. T. C. Wunderfuck. Hallo. Hallo Guido. Hallo. Pass auf. Wer steht denn hier? Ich bin so glücklich. Ich fang mal an zu tanzen. Warten sie mal. Fang mal an zu tanzen. So, und abfahrt. Ich schwing mal meine Hüften. Achtung. Achtung. Und. Los geht's. Das sieht aus, als wenn ich das wär. So, dass du dich perspektieren lässt. Unser Ganzen. Junge. Ja. Unser init Weird. Ja. Ja. Das sieht aus, als wenn du deinen Busen kralst, Junge. Wenn du daran sagst, schl初 ist mach Commission. Du wirst dann den Busen gingen. Wenn du werdest, fielst du gerne. Ja. So, komm, du hast den Achtermannfarben. Manchmal bin ich auch ein Marshmallow, der selber mich am rösten muss. Ich hab ein Marshmallow, ich denke ich jeden. Habt ihr es auch? Guck mal. Du siehst aus wie ich, ey. Ich lauf mal, ich bin dumm. Warte. Hallo. Ey, wo kriegt ihr das Jetpack her? Wo kann ich das kaufen? Muss ich kaufen. Da geradeaus, hier. Bei Rob's Imports. Jo. Hier. Ah, klar. Äh, okay. Seh ich auch so. Ich bin leider gestorben. Ich bin verklos auf dem Boden. Ach da, Jetpack and Magic. Ah, es ist leer. Warten sie mal. Wo sind sie? Ah, jetzt. Wo sind sie? Wo bist du? Wo bist du? Ich bin hier oben. Wenn er hochkommt. Wir müssen in die Achterbahn. Ganz nach oben? Nee, ich steh auf Fensterbank hier. Ich geh mal, ich geh mal zur Achterbahn. Ich komm mit. Wo ist die? Ich gehst hier, wenn du rauskommst. Links, schräg links. Hä? Ja, wenn du aus dem Gebäude kommst. Oder gerade was, aus dem Laden. Ja. Dann gehst du links und dann kannst du, wenn du ein Jackpack hast, dann kannst du hochfliegen. Dann siehst du die. Äh, da hinten ist die. Ach, da war nicht siehst. Warte mal, wie lege ich das Jackpack an? Ähm. Q-Taste drücken. Ja. Dann auf All gehen. Q-Taste drücken. Ja. Und dann müsste der den anzeigen. Unten in der Leiste. Nicht so. Dann geh auf Jackpack. Wo ist Jackpack? Äh, wo ist Jackpack? Jetzt wird er da Q festhalten, ne? Ja, ja. Und dann musst du nach links gehen, dann steht da Jackpack. Oder von rechts in vierte. In der Leiste, siehst du das? In welcher Leiste? Irgendwie. Wenn du Q drückst. Ja. Geht da oben Fenster auf, ne? Ach, oben. In der oberen. Ah, da ist es ja. Ja, dann musst du da reinziehen. Na ja, da hab ich gekümmt. Achterbahn. Hier vorne. Hier oben, hier oben, hier oben. Wo bist du? Oben. Wo bist du denn? Wo schießt du? Ich müsste gleich hier irgendwo runterfallen. Warte. Ah, da kommt die Achterbahn. Jawohl. Komm, hier reinsteigen. Da kommt die Achterbahn. Achtung, Abfahrt. Ich bin jetzt bei diesem Pferdereiten. Ich bleib mal hier stehen. Komm. Achso, hier oben. Hier oben, genau. Komm, wir setzen uns rein. Ich würde vorne sitzen. Gino, 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 Gino. Drück auf. Komm. Du drauf, drück auf. Er will nicht, er lebt mir nicht mehr. Ich komm ins Sitz. Komm, wir stellen uns drauf. Let's go. Oh, wir können einsteigen. Komm, guck da drauf. Guck da drauf. Drück E. Drück E. Ich kann nicht. Ich kann nicht. Doch. Ah, ich bin drin. Ah, ich bin drin. Ah, ich bin drin. Ah, ja. Guck mal, willst du auch mal was Süßes? Hey, heb die Hände hoch. Abfahrt. Guck mal, wir, Gino. Abfahrt. Oh, jetzt brich gleich Abfahrt. Wir fliegen da raus hier. Guck mal der steht da vorne ey. Steiben. Oh ich bin weg. Wo ist die Achterbahn? Ihr habt mich verloren. Leider hab ich auch E gedrückt. Oh ich hab E gedrückt. Du kannst gut fahren ziehen auf jeden Fall. Oh der Dicke hat. Oh wir sind am Ziel. Happy New Year. Der Dicke ist durch. Was gibt's hier denn noch für Sachen? Oh komm dann will ich auch mal fahren. Warte mal was haben wir denn noch hier so? Einmal Motorboot fahren hier. Geht nicht. Wie geht nicht? Geht nicht. Kannste noch nicht. Geht noch nicht? Nein. Die ist aber doof. Dann will ich aber mal ein Riesenrad fahren hier. Oh wir gehen auf einer so eine Gondel die richtig am wackeln ist. Guck mal. Die wackelt voll. Lass ich mich rein. Ja. Oh wie doof der guckt. Oh schön. Meine Gondel wackelt aber nicht. Oh wie süß. Du kannst wenn du W gedrückt hältst wackelst du. Bei W? Ja. Also bei mir funktioniert es. Ja alles klar. Kann ich auch Looping machen bestimmt. Da 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 da. Der muss schneller wackeln. So. Guck mal. Oh schön. Dann geht er noch schneller. Geil. Noch schneller. Ja. Da muss ein Riesenrad so ein Looping machen. Juppi. Oh. Jawoll. Kann man noch ein bisschen näher dauern. Und so. Ui. 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 Dein Schwanz guckt da unten aus deiner Gondel raus. Mein Schwanz der guckt da irgendwo raus. So. So. Abfahrt. Wo bist du da Dragon? Angel kannst du auch hier? Wie kann ich denn angeln hier? De 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 de. Ich geh auch mal was essen. Ich geh auch mal was essen. So. Wo seid ihr? Der drängt mich schon wieder mundtot hier. So. Wo bist du denn? So. Wann lasst uns mal weiter gehen hier. Kommt du Pilot. lasst mal das spiel spielen das kacke gibt es nicht so 1 wo man so schießen muss mit so was das hier nicht mit wasser wo man diese ballons mit auf muss quasi minigame von einem von euch du kannst aber hier wo bist du hier okay okay das lernen doch gar nicht ich glaube wir müssen warten dass der counter abgelaufen ist warum sind wir nur zu zweit ok siehst du oben den bildschirm da steht bestimmt gleich was für was wir schreiben müssen ach so ok schreiben müssen ja ist ja typing derby heißt es ja ach so ok oh scheiße keine ahnung wo mach ich denn jetzt hier einfach tippen mit was muss ich tippen hier mit deiner festatur ja da passiert aber gar nichts bei mir muss ein großes i machen und dann geht es immer weiter da geht gar nichts bei mir eigentlich gar nichts ich kann gar nichts hier bei dir müsste jetzt unten stehen was du halt tippen muss ja aber ich kann hier kombo 0x keine ahnung position 2 kombo ja 0 war aber der macht ja nicht hier ich kann hier alles drücken da passiert nix bei mir ja toll wie komme ich jetzt aus dem spiel raus hier ich konnte gar nichts machen jetzt mal gehen kann man hingehen bowling gibt es auch wir haben ja so lasertag hier direkt D Warte, jetzt müssen wir hier zerren gehen. Weiß wo wir hin müssen? Hier, Player 2 Okay Rules, do not walk Do not push or shove other players, do not shoot lasers into players eyes No food drinks or gum in the arena Sooo Wir haben schon wieder 1 Uhr, ich muss ja schon im Bett in die Kamera So was müssen wir jetzt machen? Okay Team Aqua, alles klar Oh scheiße Muss ich auf dich schießen, logischerweise Ja I think so Oh Gott Haben wir sich getroffen? Ja bestimmt Ja jetzt haben wir getroffen Ich glaube ich habe bei Gronkh gesehen, dass man sich irgendwo heilen kann Ja passiert bloß nichts Ich weiß nicht wie man wieder nach oben kommt Du brauchst nicht nach oben, ich suche dich und will dich finden Okay Ups Hä? Also Ich höre dich laufen Ich höre dich auch laufen Ich höre dich auch laufen Flutsch, 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 flutsch Ja Wo hast du dich versteckt, du Sau? Hä? Du Schwein Ich laufe versteckt durch die Gegend Ich suche dich ja auch Bist du nach oben? Nein Ich sag dir doch nicht wo ich bin Ja, aber ich komme nicht mehr nach oben Ne? Nein Kannst du nur unten sein Kannst du nur unten sein? Ja Ah Oh Oh scheiße, man sieht dich hier noch rum, oh gut Ach, ich muss ja nachladen, ey Oh Nein Was ist hier los? Teamfram Teamfram Jaaa am... 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 am Sheeten sind wir hier Aber wie es gibt auch noch... oh... Ja Challies Attack Ja Razen alles dabei Wir beide Wir zwei. Wo bist denn schon wieder? Wohin dahilt die Ratte? Wenn ich jetzt hier runterkomme, ich muss mich irgendwie aufladen. Ja, Traumlauf zu holen. So, wir kommen, rennen. Ach, jetzt fällt er ohne Tod. Ich freue mich schon so auf den Knight Club. Es kommt ein Knight Club? Es gibt bald ein Knight Club, ja. Mit Stripperinnen und so? Ich habe keine Ahnung, was da kommen soll. Das ist Volt netziger. Und wie gesagt, Autoscooter kommt halt auch noch. Autoscooter ist geil. Du schwörst ab, ey. Autoscooter und vier neue Spiele. Die, die noch grau sind. Die vier. Achso, stimmt, stimmt. Die kommen auch noch. Da ist sogar auch mit, keine Ahnung, irgendwas mit Horror oder sowas. Ah. Ich bin mal gespannt mit der anderen Insel. Warte, fertig. Steht der da hinter mir? Oh, scheiße. Ah. Oh, gut. Ich will nicht den Weg mehr. Fuck. Nein. Hat er gewonnen, ey. Ah, du Ratte, ey. Das war mal knapp gewesen, ey. Oh, wer bist du? Achso, hi. Wer ist er hier? Achso. Ich schmeiß mal raus. Komm, wir gehen mal hier. Komm, wir gehen mal eine Runde. Ins Casino gehen hier. Geh mal auf Double oder Nichts. Double oder Nichts, ja. Wo bist du? Komm. Wo seid ihr jetzt? Vorne. Ich stehe vor Ort. Da, hier. Du siehst geil aus, komm. Ich weiß. Hast du mal meinen Arsch angeguckt, Alter? Nein. Brauch ich nicht. Ey, soll Leute mal stehen, dann guck ich mir den mal an. Ja, ja, Baby. Ganz schön großes Ding, ne? Ja. Wo seid ihr? Okay, äh, beim Wasserfall, Springboden, was auch noch mal. Wo ist das blöde Casino denn hier? Da, 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 da. Wo seid ihr? Ich bin auf dem Hochhaus. Toll. Project 12. Ja, Dragon, wo ist jetzt hier in das Casino? Auch da. Dies Volt ist halt da, Tower, oder? Ja, ja, da gehen wir rein, jawohl. Uh, new item acquired, Marshmallowstick. Ja, hier kommen ihr Casino. Wo? Ihr Casino gegenüber vom Pumpen. Ach, da, ah, ich seh's. Aber du hast dich wieder Elefant, ne? Dann hau ich wieder ab, wenn der Elefant ist, ähm, schmier ich weg. Gehst du hier, gehst du hier schon daneben hier? Ah, das ist halt ein Scheiß. Wie ist das Skelett, was da sitzt? Ja, ja. Alles klar. Ähm. Ah. Wo seid ihr? Und da. Das ist nicht mal zwischendurch. Wo halte ich denn die, äh? Äh, wie funktioniert der Spaß? Äh, du musst erst mal die, 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 der Taste drücken. Oh. Ah, okay. Ich hab three of a kind. Nice. Ich hab fünf verloren. Oh, ja, baby, ich komm. So, nehm ich denn, äh, da könnte er. Oh, fuck, ey. Wo bist du denn? Oh, wo nehme ich denn da? Oh, das sieht gut aus. Das sieht scheiße aus. Oh, das sieht gut aus. Oh, das sieht gut aus. Das sieht scheiße aus. Oh, ich mach jetzt hier. Fuck. Komm aber raus. Geh du. Ja, warte, warte, warte. Wir gehen mit dem Double oder nichts. Ja, warte. Yo. Easy. Alles klar. Lass uns Double oder nix gehen hier. Ach, wie komm ich denn mal raus hier? Warte oder nix? Steuerung. Ah, ja, warte. Warte, warte, die muss ich noch hier mitnehmen hier. Na, verlassen. Komm mit. Hier hinten ist das. Hä, bist du nicht das Gelände, das hier sitzt? Nein. Hier. Bin schon. Draußen. Bin damit umsperrt. What the fuck? Okay, hi. Hi. Komm mit. Geh dran, Ardenia. Okay. Was muss ich hier machen? Eintippen und immer das auszudrücken. Hä, blättest du? Ja, und dann hast du dieses Cash. Dann nehmen das Gold, was am Leuchten ist. Wenn du drauf drückst mit der Maus, dann kannst du ein ganzes Geld abbuchen. Genau. Uff, Alter, man macht die Übelfluss von Fit. Oh. Ja. Ja. Ja, komm. Fuck. Da geht die Kohle hin, ey. Ja, da geht die Kohle hin. Fuck. Jawoll. Ja, da geht die Kohle hin. Ja. 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 Ich war noch nicht einmal über zwei. Geh doch noch höher. Komm. Komm auf dein Mann, ey. Oh, hier gibt's, oh, hier gibt's, oh, was zum Drehen, Alter. Gib mir was Geiles. Oh, mit der Elefantenordie. Ein Hula-Doll. Nice. Was kann ich mit der machen? Kann ich die in mein Haus stellen? Wahrscheinlich. Vielleicht nochmal. Ich seh nix. Hau ab, du doof Mann. Ich hab ne Kartoffel. Nice. Oh, komm hier. Du kannst hier Kohle lassen ohne Ende, ey. Ja, ich hab genug, ey. Kannst aber auch Kohle gewinnen. Also den höchsten Rekord, den ich geknackt hatte, auf dem Server waren mehr als eine halbe Million. Dann hab ich in den Hauptjackpot geknackt. Ja. Ja. Oh, absolut. Oh, absolut. Ich hab auch 200.000 reingebuttert. Ja. Das ist, äh. Komm, gib mir was Geiles. Ach komm, halt die Schnuss. Ach komm, ey. Ach komm, ey. Wer ist der Elefantant? Ja, wer wohl. Der mit dem fetten Eierkopter. Der mit dem, 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 der mit dem Kopf ist das so niedlich. Ich kann davon nur drehen, hier. Komm hier, Baby, dreh dich, ja. Ach. 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 Ich hab jetzt schon dreimal so ne Hula-Doll gewonnen, Alter. Okay. Hi. Guck mal, zieh ich mal um. Oh, hi. Hi. Hallo, Baby. Hi. Schätze ne. Hi. Das ist ja auch doof hier. Komm, dann drehen wir einfach mal. Klick mal dran. Komm, einmal drehen. Was gibt es hier? Komm, mal drehe ich hier. Komm, mal drehe ich hier. Komm, drehe ich hier. Jawohl. Kaktus. Jawohl. Nein. Kätzchen. Ganz toll. Ich will noch mal drehen. Kannst du jemanden? Großartikel gewinnen? Wollte ja gar nicht mehr drehen. Kannst du. Ach, da. Gold-Dienstpunkt, komm. Ja, Katze, komm. Du Duft, Mann. Hau ab. Aber bald hast du einen Laser-Dienstpunkt, ne? Ja. Ich will diesen Laser-Projektor haben. Schon wieder diese hässliche Katze. Ich habe davon jetzt schon vier Stück, Alter. Ach, komm. Einfach nur drehen. Und dann mache ich jetzt der Feierabend hier. Jawohl. Komm, zeig mir, was da ist hier. Komm. Komm. Ach, absolut nichts. Nein, 5 Cat-Sacks. Nice. Das ist ein Schwein, ey. Ich werde bescheuert, ey. Komm. Oh. Nach... Oh. Ein Kaktus. Ah, 5 Cats habe ich? Ja, sicher. 5 Katzen habe ich bekommen. Ich habe ich auch. Nee. Ich habe vorher gedreht. Steht hier nicht, dass das Spin 500 Units kostet? Ja. Ich verdiene kein Geld, wenn ich spinne. Pass auf, das wird ja eh abgezogen gleich. Ja? Okay. Also wird das erst später abgezogen. Oh nein, hör mal den Sound. Hier, hör mal. Auch ein Potato. Ja, ich habe auch eine Potato bekommen. Kommt mit, Leute. Ähm. Dieses Spiel ist auch sehr geil. Kommt mal hier hin. Warte kurz, ich muss meinen... Kannst du mir mal sagen, wo du bist, dann kommen wir ja auch. Hier. Ja. Hier, komm mit. Jo. Oh, Flamingo. Dieses Spiel hier. Hier habe ich mehrfach den Jackpot geknackt. Mehrfach. Hier. Mindestens jetzt schon. Ja, geil. Die Swordmaschine sind so nice. Mindestens siebenmal. Sechs oder siebenmal. Okay. 5 Credits. Action. Oh komm Baby, lass mal laufen hier. Ich habe irgendwas bekommen. Oh. 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 Also das lustige ist... 2250 bekommen. Geld bekommen. Also Geld bekommen, tue ich. Ich krieg bloß nichts abgezogen. Das ist aber schon. Ja. Ist schon. Ist schon dann abgezogen. Okay. Chris ist bald in Rechnung dann. Oh. Oh. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Use the magic. Yo. Alter, du hast so 35, ne? Warte mal. Oh, 60 zu 70. Na, ich spiele hier dran. Defend. Ja. Lass uns mal gucken, ob jetzt hier kommt. Ah. Da kommt nix bei rum ey. Oh. Trepper. Ah. Da ist noch. Ah... Komm hier, lass mal laufen hier. Komm mal weiter. Da kommt doch nichts. Na sicher, du musst gewinnen. ja so liegt ja mir nicht im automaten mann 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 baby ich brauche helfe alter helfe wäre jetzt richtig schön wir machen weiter hier da gibt es doch nicht alles betrüger die spieler ist alles manipulation also ich weiß ja nicht ich will entweder das scheiß klavier oder einen von den zwei projektoren haben ich hatte immer nur trip trip ist wichse ich habe hier unten eigentlich weil ist ein paar langes wie total win und alles was ich habe mich jetzt gewonnen habe oder was da unten in der leiste wieder trip alter danke was da du nervst hier und in der mitte habe ich stehen da steht so ich dann gewonnen verloren hat wie es besser da unten in der leiste da steht action und last win lost win loser biggest loser ich will bei dem automaten wechsel ich muss mir das angucken spiel weiter nein wie weiter warum wieder auf er weiter nein der balance ist gut einer wenn du jetzt helfen bekommst bist du gut dabei was wir 45 ja nur so ein scheiß kriege ich hier nur so ein scheiß ja action 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 kann ich mit der kartoffel irgendwas machen ja chill kochen weil er alle guck mal attack beste warm rücken er warum will er drücken nein war geil ich habe eine waffe gewonnen ja guck mal use it magic alter tag 40 zu 20 jetzt brauchst du helfe oder bist du mittendrin im rennen ja dann hilf mir mal dann hilf mir mal ruft rein ruft 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 Guck mal da kommt nix hier, guck mal da, so'n Dreck hier. Ja, einfach weiterspielen. Ja, ich hab schon gar keine Kohle mehr. Ich hab keine Kohle mehr, ey. Ja, guck mal. Guck zum Monitor. Guck nicht. Komm, komm. Guck, geh mal da nix, ey. Jetzt hör ich immer auf. Spiel weiter! Ah, mal weiterspielen. Ah, zweimal Zahnpasta, ey. Du guckst einfach ganz schön doof, ne? Ja, guck mal, wie du aussiehst. AFK steht da. Komm, Action. Ich will nicht mehr. Komm, Nasch. Helfi! Geht doch, 30! So, zack, wieder mal 30. Weiter geht's. 10 Uhr noch zurück. Jetzt passt du Use it Magic und dann ist halt die gleich auf aufm Rennen. Jawoll! Komm! Ah, Tripper, ey. Tripper. Ah, 25 noch, ey. Komm. Wenn du jetzt Leben bekommst, dann wärst du... Ja, wärst du mal 40. Ähm. Nächste Runde hier. Action. Action. Ja, jetzt hör ich immer auf hier. Oh! Ja, jetzt hör ich immer auf hier. Ja, jetzt noch ne Waffel, Alter. Ah, nix hier. Ah, jetzt. Let's play. Komm. Komm. Oh! Und weiter geht's. Komm, gib mir Hilfe. Defend. Passt. Schutz. Oh, Mann. Oh! Da gibt nix hier. Guck da, hier. Guck da, hier. Da. Ah, Mann. Oh! Da gibt nix hier. Nix kriegst du hier. Nix. Gar nix kriegst du in dem Scheißladen hier. Alles nur. Die wollen immer nur mein Geld, ey. So, was wird's feiert? Letzte Runde, letztes Spiel. Guido has unlocked Casino entdeckt. Ja, super. Ja. Oh, oh, Guido. Oh. Oh. Jetzt aber. Fett. Drück. Helfie. 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 25 zu 10 das ist kurz vorm ende ist noch selby ja komm helft mir bei ich hoffe ich helfe 4 4 4 denk dran denk an helfe ich komm was ist gleich aus wenn wenn er verliert weil das ist richtig knapp also ich will sagen dass ich schon zwölf guter dolls gewonnen habe aber drück 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 ich werde bescheuert 5 so noch ich gehe nach hause weil du jetzt packt das sieht schlecht aus und weiter geht's gibt mir alles hier immer all mein geld jetzt wie die maschine aber wissen was gibt's doch nicht wenn du jetzt wenn du deine fünf weg hast du das game verloren ja ich spiele eine runde poker zusammen machen was können wir gleich machen aber gehen muss das mal spielen ich habe schon 14 von den hässlichen katzen ist gleich die du schreien hört wenn er verkackt ja das ist kurz der hat kurz vorm jackpot ne er muss zweimal zweimal muss er magic und einmal attack haben der natas ich habe gerade die 15 katze gewonnen wollen wir durch drei teilen aber messer durch ja und kopf er da viel spaß jetzt wie die maschine gar nicht mehr jetzt ist keine lust mehr 560 alter das ist richtig gutes geld komm hier ich bin mir zu lange gesitzen bis die kohle weg ist mir scheißegal jetzt hier andere sagen ja du kriegst nur 566 krön davon ein bis 8.000 8 bis 10.000 oder mehr sogar ich habe aus der maschine hatte ich mal letztes mal fast 40.000 rausgeholt aber ich habe schon 50.000 rein gesteckt naja oh schön drei herzen heute ja ja aber nützt mir nix die alte scheiß kacke da was muss er schaffen der muss den drachen besiegen ja und was muss er dafür jetzt bekommen also wenn er jetzt immer weitermacht und weiter und weiter und weiter irgendwann spuckt die maschine es aus ok ja du musst von dem gewinnen den du da hast da oben rechtest du mal manchmal rechtest du hast 8-fach oder 10-fach oder irgendwie sowas ich glaube 10-fach ist das das ist schon 5000 der ist schon für die nie da da super ich trip hier auch gleich ab ey geht ja dann irgendwann schritt näher der typ dann den drachen oder ja bestimmt boah elefante ab siehst du siehst du siehst du guckt euch das mal an leute siehst du nix ich zeig das gerade mal von außen wie er aussieht mit dem fetten Arsch zum automaten hin und mit dem fetten Kopf nach vorne weißt du was du auch noch siehst? guck mal den dicken Arsch hier auch genau jetzt sind doch alles bewämpfte hier oder? Mann 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 ey so ich geh jetzt raus hier so du hast doch ein Freispiel ja guck drauf du hast doch ein Freispiel guck mal Altec der passt doch ja ich saß hier wenn man dich alles täuscht ich saß hier echt ne Ewigkeit dran ja ich hab mich mal die ganze ich glaub die ganze Nacht über bis zum frühen Morgen saß ich hier so jetzt geh ich hier raus jetzt haben die genug Kohle gekriegt von mir so aber ich geh jetzt hier ich schau jetzt sowieso ab ey 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 wir müssen doch noch unter Poker spielen ne 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 ich geh 20 von 2 also au die läuft Jesus rum hallo Guido hallo 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 pokamon meh 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 du kannst ja auch sagen baum oiii 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 was ist wenn ich tanze? wenn ich tanze dann weiß ich auch nicht wie ich tanze passiert nix ohne Arme keine Kekse ne haha also der jesus sieht richtig gruselig aus ne ja auf jeden fall so Freunde so ihr Lieben ich werde mich jetzt verabschieden von euch ich hoffe euch hat es ein bisschen Spass gemacht und wir werden's gerne wiederholen mit dabei war Dragon Steven ich wünsche euch eine angenehme Nachtruhe kommt kurz zu liegen Bis dann, ihr Lieben. Bis dann. Tschüss. Adios.